Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cards Against Humanity mit denselben Teilnehmern wie das letzte Mal und diesmal haben wir das Pack bei Assholz vor Assholz gemacht und wir haben uns die Spiele hingeguckt und die haben uns schon mal deutlich besser gefallen und ich würde sagen diesmal fang nicht ich an oder? wieso? weil er muss ja nicht immer ich anfangen ja ich kann auch anfangen nein ich würde sagen diesmal fang Michael an ok ok dann fang mal an Michael gucken wir mal was wir direkt zu anfangen haben I fell asleep watching HBO and woke up to blank on my TV nein ich hab die perfekte Karte dafür ja super ich nicht ähm oh fang fang passe dich Ganesha ja entschuldigung hm 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 ok das würde auch passen hm oh auf Leertaste kann man die Kamera zentrieren ja hab ich auch grad gemerkt hm 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 получится Tá Alles klar I fell asleep watching HBO and woke up to a little bird coming in a hippo's mouth What? Okay I fell asleep watching HBO and woke up to performing a sex move entitled the Priceratops was? Priceratops 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 I fell asleep watching HBO and woke up to Michelle Obama getting fucked in a snaggy pie Priceratops Okay I fell asleep watching HBO and woke up to Holocaust Priceratops Priceratops Das hab ich einfach aufgenommen Alter Ben klingt immer mit den Nazi Sachen Nein, ich hab mir gedacht Irgendwie sind mit den Penis offen Jetzt hab ich den Pesachkühlen verlieren Also meinst du, dass wir zu Michelle Obama Michelle Obama Ich warte von Michelle Obama zu nehmen Aber dann als Holocaust aufgetaucht Ich hab mir auch gedacht Bei Holocaust werde ich immer getriggert Ich getriggert Das ist falsch, dass ich f*** Ach du scheiße Äh Lasst eure Die Tränen laufen Oh mein Gott Okay, ich hab zwei Welches nehm ich denn da? Das linke! Okay, danke Das rechte Rechts ist immer richtig Ich bin immer noch im Secret Hitler Modus Wenn er sagt schon wer gewonnen hat Du bist ein Händchen gewissamer Fasche, also Es geht Du darfst Du darfst In der Tat War das nicht irgendeine Süßigkeit? Irgendwie sowas, ja Aber auf jeden Fall ne Werbung Wtf Fully clothed hookers Von den Eier Scheiße Naja, wenn man drauf steht Ich kann da nichts davon Ja, ne? Is it wrong that I want to f*** A cheap Dildo That breaks after one use Ich kenn mich bei Dildos jetzt nicht aus Fähigkeiten sind stark Is it wrong that I want to f*** A Starfish giving 5 Handshops at the side Boah, das ist f*** Das wird startiert schon Okay, das ist gut Is it wrong that I want to f*** Two garden gnomes randomly doing it in your heart YAAACK Wer war der andere? Ich Wer war der andere? Wer war der andere? Knows 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 Huckers Loll Alter, F*** off Jetzt habe ich die perfekte Karte Für dich Tja Ne, deine Karte, ne, nicht vergessen Mach gleich Also I'm so ashamed of Blank Ich hab so viele Gute, man Das ist so kacke Ich bin mir auch nicht sicher Welches ist jetzt beim Ben am besten Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Aber ich glaub das passt am besten zu Ben Ja komm Okay bitte Dann schon Warte kurz Warte kurz Jetzt geht's An old timer film of my grandmothers first game Ich glaub das ist einfach nicht das richtige Bursting out laughing during a sexual harassment seminar Was Was What the fuck Du hast sogar fest Ja Ja Äh Fuckin' the last known Brrrr Äh Getting AIDS and Spreading it out to as many people as possible Before you In a viable death Okay Okay die sind diesmal sogar alle gut Ja Der Wichse ich hab auf ne save round gehofft Tja ich auch Ich keine save rounds Leute Also ich muss sagen das erste ging Yes Verdammt Das war schon gut Das war schon gut Okay Endlich hat der Moment hat der Moment hat der Ja Ja Wer hat dann meine ganzen Karten umgedreht Hey Charal Hey Charal Okay Das kann ja was werden Ja Okay 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 Markus My favorite pick up line My favorite pick up line My favorite pick up line So was geht's Du hast halt im Hinterkopf behalten Das ist die pick up line War nicht abgelehnt Ja mir aber auch Emily Wihek and Light Auf Um 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 Max Und Auf Ein W bisschen Ich wollte es halt bisschen durchmischen ganze Burst Part Fact My favorite pick up line driving yan inside Conspicuous Stick-Junk Warte, fragt bei wer fällt da gerade da noch? Ja, ich muss mal testen Wer fällt da gerade da weiter oben? Okay, mein favorit Pick-Up-Line Grape Soda and Fried Chicken Yum! Ich glaube, ich lerne das bestimmt viel Ah, okay Mein favorit Pick-Up-Line Best Test from Austin Palmer Du wolltest Pick-Up-Line und so Ja, echt so Mein favorit Pick-Up-Line Ordering a Wiener and a Country Fair Only to be read Gott, what do you ask for? Right? Ach... Ach... Das ist eigentlich voll gut Ich hab mir gedacht so... Ich hab mir gedacht so... Das andere war genauer 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 Oh mein Gott Wer fehlt denn noch? Ich? Ja. Ja, wir können es wieder umdrehen. Ja, aber wenn es wäre gut, dann müssen wir es nicht die ganze Zeit umdrehen müssen. Ist ja wurscht, ist einer umdrehen. Kannst gucken. Ja. Alles klar. Ich hoffe, dass die Runde 34 nicht mehr verwendet werden, wenn sie bei Bronto-Servoren beendet werden. Okay. Ich hoffe, dass die Runde 34 nicht mehr verwendet werden, wenn sie bei Bronto-Servoren beendet werden. Alles klar. Okay, der gefällt mir schon mal. Ich hoffe, dass die Runde 34 nicht mehr verwendet werden kann, wenn sie bei Bronto-Servoren zu machen. Okay. Ich hoffe, dass die Runde 34 nicht mehr verwendet werden kann, wenn sie bei Bronto-Servoren beenden. sind also ich hätte ich habe eindeutig mit der Welt und es ist nicht meins das ist leider eine Mutters der alle mit ja ich weiß ich hab den auch gut gefunden das war ein hätte ich fast auch genommen Ja, ich hätte das Volk genommen Ja, du Alles klar Hä? Ach nee, musst du Wieder was, was ich nicht verreden kann More restaurants need blank on the menu Oh Gott Gott Ich hab zwei Stück die so gut passen Und ein Drei Ich glaub das ist aber am besten Okay More restaurants need A lonely test Okay More restaurants need Every type of cancer On the menu Haha More restaurants need Sitting in your neighbors toilet And leaving the lid up On the menu Okay More restaurants need King Kong pleasuring himself To enter Das ist fast aber nicht Wie sollen wir das auch für eine Restaurantkarte verkaufen Ey Wieso benutzt du Wieso gibst du da den Punkt Ist echt so Der Rest ist scheiße Every type of cancer braucht man ja wohl Nicht fehlt das cancer genommen Das cancer hat auch echt gut gepasst Er hat nur meins nicht genommen Jetzt ist der David dran wieder oder? Jo Mhm Mhm Äh Äh Super Oh Gott Oh ebricht Blank.tumblr.com Blank.tumblr.com Okay das wäre eine verdammt lange URL Ganesha 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 Ja Moment Ganesha Ja Moment Ja das ist so Ja das ist so Die Zuschauer bemerken gerade was für einen flachen Humor Ganesha Ja 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 sie sehen gerade wie einfach unglaublich witzig ich bin Ja Ich glaube das ist am besten Warum hast du eigentlich jetzt Koks und Nutten und am Ende MP Kann's gucken Wie über Ich keine Ahnung worum ich sagen Keine Ahnung worum ich sagen Keine Ahnung worum ich sagen Your ferret excavating your girlfriend's car Hahahaha 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 What? Oookay WTF WTF Kann ich mir auf Tumblr von mir Ganz ehrlich wer kommt auf so einen Scheiß jetzt bei Hahahaha Tumblr Ja Hahahaha 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 응 Hahahaha HSI Du suchst Oh kond Sätzlich Umm Ich kann hammer Ich glaube ich bewHey was Tigger weis Ich glaube ich weiss ich weiss wie es meins WOOOOW WIFi WIQULI so richtig. David nimmt jetzt einfach meins. Ich muss werden. Das ist ganz letztlich schön eklig, aber das passt überhaupt nicht. Hä? Ich find's eklig. Also die anderen sind überhaupt nicht. Na! Your little shits pass... Es passt wenig. Your little shits bootam. Oh, danke. Okay. Ja, was? Das? Ja, ich find das kann tatsächlich eine Tumblr-Seite. Da hätte ja wohl das erste noch besser Begriff. Was war das erste nochmal? Das Ferret. Naja. Also das mit John Connery war ja wohl da eins von dem Schlechtesten, oder? Wenn kriegt der die Punkte wohl geschenkt? Secret. Sorry, wenn ich das... Secret commandment ist... Ich glaub das ist wieder Birnen. Wieso? Du wisst schon was das meint, oder? Nein. Das sind die Gebote. Das 11. Gebote. Das ist der Joke dran, weil es gibt nur 10 Gebote. Ja, Julia, ich hab's ja mit Religion total und so. Oh, ich hab's. Warum streichelst du eigentlich immer so meine Karten? Furchtlich, ich hab dahin gescrollt. Ich hab so viele epische Karten, ey. Ich hab so viele epische Karten, ey. Ich hab so viele Weckrauch-Karten, aber ich... Die glaub ich glaub ich funktionieren. Vielleicht. Weißt du, dass ich deine Karten streichel? Du kannst... Also, wir können jetzt einen Text. Masturbating... ...Main Franks Diary. Alles klar, ey. Okay. Next one. Jacking off in your parents' bed is a form of free range. Okay. Geh in die geist die Rechnung. Ja. Standing on your balcony, sniping Jews shirtless. Ich häng dich da, ey. Super Gebote, ey. Using counters. Wie häng... Alle haben hier alles zusammen. Fuck, ey. Also, entweder das zweite oder das vierte. Also, entweder das zweite oder das vierte. Ja, aber wenn ich das jedes Mal mach, Revenchen. Wenn ich auf meine Eltern angefressen bin, dann ist es schaut so ein bisschen blöd aus. Ah ja, aber dass ich den Mund mit Schwärme auswaschen möchte. Alles klar, zwei ist also David. Nehmen wir's. Weißt du dich. Ja, voll easy. Ja, voll easy. Das vierte war ja wohl safe. David, du gibst mir den nächsten Punkt. Oh Gott. Ich nehm mehr. Okay. Okay, aber sag's den anderen nicht. The fuck is, das für ne Scheisskarte. Ich hol mir neue Karten, wenn man so schass. Okay. Hast du schon einen weggegeben? Was? Hast du überhaupt Punkte, Marco? Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt, ja. Gibst du den weg? Ja, ich geb einen Punkt weg und hol mir neue Karten. Wo geht man denn hin? Alter, was geht da ab? Ein Typ mit dem Moppet meint, er hat voll das Hammer auf. Ding. Äh. Soll ich jetzt alle einzeln drüber geben, oder kann ich die auch jetzt alle drüber geben? Alter, ist ja gut. Ich nehm gut bin. Alter, das geht ja echt. Damn. Krasse Scheibe. Okay, passt. Ich bin der Hit-Ding, also ich lösche nicht. Der Hitler. Wissen Sie gut, Hitler. Ich bin der Hitler. Okay. Blank. Always gets me flaccid. Heißt nochmal flaccid. Ähm, das heißt nicht an... Ne. Nicht. Oh, ist klar. Das ist kein Ständer aus. Oh. Okay, klar. Es heißt schlapp. Schlapp, danke. Das war das Worte. Ich bin mein... Hmm. Pfff! Hehehehe Das... Hehehehe Hehehehe ACH! Sehr gut! ACH! ACH! Good job! ACH! 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 Du musst das Baby rausziehen und wieder reinstecken. Oh Gott. Alles klar. Ich glaube, du musst noch eine Karte ziehen. Ich muss noch meine Karten durchlesen. If I were a stripper, my name would be... Alles klar. Das bringt mich zum Lachen. Okay, scheinend coolen Namen zu haben. Ja. Hallo? Kann ich? Ach, ihr Wichsen. Ja, du kannst. Also, if I were a stripper, my name would be my curse. Das ist auch ein sonderbares Name. Mein Name would be a dick with a throne. Mein Name would be Flying Spaghetti Monster. Okay, mein Name would be Purging the World of all the Furry Porn. Okay, ich würde sagen, Flying Spaghetti Monster. Alter. Ich hätte hier das Erste oder das Dritte Kronen. Ja, das Dritte wahrscheinlich weil es deins ist. Das Dritte war meins. Nein, das Dritte war meins. Na, das Dritte war meins. Hallo? Find ich gut, dass du meine Karte so sehr magst, dass du sie nicht in Ruhe lassen kannst, aber bitte, lass sie. Ja, niemand. What the fuck? What the fuck? Hat jeder gezwogen? Ja. Wird dann die Friedensteufe wieder her. Okay. I would be on board with Scientology if it weren't for blank. Waren for, okay. Ich hab die Karte, Sam. Ich auch. Nein, ich möchte das gern hier haben. Ach so, du willst, okay. Ja, möchte. Du darfst. Du kannst. Okay. Okay. I would be on board with Scientology if it weren't for alien probes in your eyes. Okay. I would be on board with Scientology if it weren't for manetically engineering a two-headed turtle for the sole purpose of giving multiple planets. Okay. Alles klar. Okay, also wenn man darauf steht, ja. Jeder hat sein Fetisch. I would be on board with Scientology if it weren't for committing genocide with nothing but your good looks and a railroad spike. I would be on board with Scientology if it weren't for a tick in a fox. Ja, 1 oder 2. Auch einfach. Find ich auch. Find ich auch. Nee, das find ich falsch. Ich find das richtig. Das find ich auch richtig. Was? Was? Hätte ich auch genommen. Ich, ja. Das sollte ich nochmal. Ich habe nur nicht zwei Punkte mit den neuen Karten. Wir können Bennicht noch mehr Punkte geben. Ja, aber dann können wir auch keine Punkte geben, ihr seid hinten auf dem Fascho, ihr werdet nie wieder gewählt. I thought my job sucked, denn I found out about it. Irgendwie fehlt hier Hintergrundmusik. Tja, meine Aufnahme ist Musik hinterlegt, ist aber dumm. Ja, wie du darfst. Okay, I thought my job sucked, then I found out about it. My dreams were explosive. Okay, ist witzig, passt aber schlecht. I thought my job sucked, then I found out. I found out about literary shitting my nap. I thought my job sucked, but then I found out about the cool Ed man sodomizing a small shot. I thought my job sucked, then I found out about the NSA watching your game. Okay? Du weißt doch welche davon am wenigsten beschissen ist. Du weißt welche davon richtig ist. So richtig passt nun keine, oder? Wieso das denn? Das ist der erste Tag schon. Ich dachte mein Job ist scheiße, aber dann habe ich über... Dass du das noch dacht? Ja. Da passen eigentlich alle. Na, ich hab's ja rausgefuckt. Ja, genau. Als nächstes was noch schlimmer ist, was passiert. Ja, dann nehm ich doch. Bis gleich. Okay. Ist mir egal ob's ne Wahl zwischen Dave und Taufe war. Ich hab nen Punkt. Ich hab's ja auch mal wieder ein Punkt finde ich. In hinten. Das geht nicht. What? Also Ben enttäuscht mich nicht. Alles klar. Ben ist aufgerissen. Ja, Ben? Let's go dude. I'm always mindfucked by Blank. Jetzt muss ich das aber mal nehmen. Ich schieb das schon von Anfang an vor mir her und das ist immer noch von Anfang an super. Jetzt muss ich das mal nehmen. Jetzt schon? Nein, warte. Okay. 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 Let's go dude. Also. I'm always mindfucked by... Robbing two pairs of genitals together to generate electricity. Geht sowas? Nein, geht sowas. Ich habe versucht. Ach ja. Ja. I'm always mindfucked by checking off me to the shampoo bottle and putting it back in the shower to save money on shampoo. Ist auf jeden Fall mindfucked. Ist auf jeden Fall mindfucked. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm der schmeckt. Wieso schmeckt? Wieso schmeckt? Wieso isst du dein Shampoo? I'm always mindfucked by firing toothpicks out of a man's penis. Fist. Alles klar. I'm always mindfucked by those feminists on tumblr. Das passt gut. Ja. Aber die passen alle gut. Die sind alle mit einem Lackfucked. Das passt wirklich. Weil ich weiß welches gewinnen muss. Echt schwierig. Ich weiß nicht, dass ich gewinnen sollte aber. Was mich am meisten mindfucken würde wäre ein... So... Fuck man. Also... Wenn das erste wirklich gehen würde... Das wäre ein richtiger krasser Mindfuck. Muss ich sagen. Ja. Aber... Das gehen trotzdem. Ach... Verdammt. Verdammt. Aber wenn das erste wirklich funktioniert... Holy shit. Scheiße! Warum funktioniert das nicht? Lass mal probieren. Lass mal probieren. Oh, ich bekomme nur Kacke hinterher. Nein. 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 Okay. Also, Markus. Markus, gib mir eine gute Schaulange bitte. Ich schaue noch nicht guter Alarm. Das liegt natürlich hinten. Das liegt natürlich hinten. Ich bin Noob, ihr wertschätzte meine gute Arbeit nicht. Paulist makes me come. Wieso habe ich immer nie... Wenn ich mal... 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 Die andere und die andere Richtung. Okay. Geht schon. Okay, I'll just name me. Also, das ist... Das ist True Story, meins. Echt? Dann bin ich gespannt. Das passt mir bei... Es ist fun. Ich sagen muss das. Das passt mir. Komm, ich nehme dich. Du kannst. Let's go. Okay. Okay, los geht's. Was tut ihr da? Bleib froh, es makes me come. Swords, solvers, who... Swallow dicks, it's the name, sir. Oh, ist... Okay, der ist gut. Moo, 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 moo... Moo, moo, moo... Oh, das macht's mir kass. Okay. Das ist ne kackhafte. Aber die richtige Wahlstelle vor, dass Moo, moo, moo... Ist bei nem Rollenspiel... Wo sich zwei ähm... Jetzt kommt's besser. Eltern als Kühe verkleiden. Moo, moo... Okay. Was wir heute nicht abend nicht machen, jetzt schlafen. Okay. Lazyly masturbating in Cluster in a movie about a trail of tears. Oh, das makes me come. Deine fantastische true story ist. Masturbate your picture of your mother when she was 18 years old. Alter. What? Alter. Okay, das würde ich auch nicht blicken. Ich habe Fragen. Ja. Gilt's da. Ben. Hey, ich will nicht. Hey, helf mir. Oh nein. Wer ist das Mumu-Mumumum? Nein, das ist die Schwerbschlucker. Die Schwerbschlucker, die... Ich hab dich nur, come on. Come on David. Oh nein. Warum muss ich jetzt dran sein? Ich hab nur ein... Was ist das? Aber du kannst jetzt mich oder den deiner Frau flennen. Ja, wundervoll. Ja, damit wie denn du bist, du musst nur durch den Benet, du bist gewinert. Wär toll. Alter, das wär's auch so, welche Karten. Ja, da musst du halt schätzen, was du hast. Also, amüsiert mich. When I saw this card, I questioned reality. Punkt. Okay, was ein Glück, dass ich nix legen muss. Oh, der Scheiß, man. Was darf man denn darauf legen? Die schlimmste Karte, die du hast. Die je meistens abfragt ist. Okay, kannst. Und ich schnell. Okay, when I saw this card, I questioned reality. You find that nine-month-old kids stay on the wall and think that you could have had a baby. What the fuck? Okay, ja. Okay. Mesha Hitler's Colossal Cock of Doom. Okay. Meine dick tolls sind ja Vagina-Drinks. Okay. Using Chopsticks to eat your neighbor live. Oh, what? Alles klar. Was sind Chopsticks? Äh, Stäbchen. Stäbchen. Stäbchen, ja. Ah, lol. Bei welchen davon muss er die Idealität hinterfragen? Ist alles creepy. Hm. Wenn beim dritten, stell dir vor, der wird einfach abgehackt. Fett. Was? Was? Du stehst da drauf. Könnt sie auch einfach den Penis abhacken und das Loch ficken? Alter. Jetzt ist ich hinterfragen. Das ist einfach nur kritik. Was soll ich denn nehmen? Raff, ich finde das geil. Ausfall ist kacke und die Karte war kacke. Hier kommen die Chopsticks, die nachweichen. Ja! Wuh! Okay. Richtig hat der Tegel gut gemacht. Ja, Hauptsache... Ach, du hattest auch nur einen? Ach ne, zwei hattest du schon. Okay. Aber jetzt sind wir alle drei aus und bin. Okay. Ja, super. Ja, ihr Wichse. Hat jeder gezogen? Ja. Ich nicht. Du musst doch nicht. Ja, ich weiß. The next book from Stephen King. Playing. Keine Ahnung, ob ich dazu etwas passendes hätte. Ich glaube, das ist doch keiner so gut an. Macht jetzt Axt. Du musst jetzt eine gute haben. Vertrauf dich. Glaube ich kaum, dass er die nimmt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass er meine nimmt. Ich glaube nicht, dass er die Hauptsache hat. Oder? Darf ich? Ja. Ja. Okay. Äh, was war die Karte? The next book from Stephen King. A poopstick. Gott. Okay. The next book from Stephen King. A fuck ton of furry-pawn games. The next book from Stephen King. Banking orphans. Fress nochmal auf. Bitte. Enttäusch mich nicht. Weiß meine Kinder. The next book from Stephen King. Skinny dipping in Russia and dying. Haha. Alle scheiße, oder? Ja. Das ist echt so. Leider ist lustig, aber die Vorlage ist auch nicht so gut. Ja. Die Vorlage ist echt nicht gut. Ich war in der Wahl. Okay. Ah, das ist das Richtige. Dankeschön. Ist nicht ganz das Richtige, aber fast. Ja, es war knapp daneben. Ja, es war zwei Karten knapp daneben. Ja, es war zwei Karten knapp daneben. Zwei Karten. Es war eine Karte knapp daneben. Das war perfekt. Super. Okay. Okay. Und ich zieh noch eine, dann nehme ich. Blank isn't a big deal. Oh mein Gott, wieso spielt der Kosti nicht mit? Ich hab die Karte, die genau für Kosti ist. Ja, das würde ich wahrscheinlich... Ah, das würde ich wahrscheinlich dran. Warte, was war die Frage? Bist du dumm. Du kannst den nochmal nachschauen. Ja, ich schau. Ich schau. Das ist echt. Das hat nicht können, aber das wäre nicht lustig gewesen. Also. An unnecessary amount of drugs isn't a big deal. Passt. Aber sonst... Gut. Throwing a black baby isn't a big deal. Das quatscht, David. Echt? Ja, Moment. Es kommt noch was. Es kommt noch was. Es tut voll cool. Hallo, hast du da schon mal gebracht? Ein schwarzes Baby geworfen ja immer. Nein, das vierte. Nein. Nein. Ja, aber das ist sehr genau mit seinem Porn. Ja, ich bin sehr genau mit meinem Porn. Okay. Alter, wie viele Punkte wir alle haben. Außer ich. Das ist der ALLE. Jetzt kann zumindest der nicht mehr gewinnen. Aber Markus. Das ist eine Hicke. Es ist eine Hicke. Es ist eine Hicke. Es ist eine Hicke. Deine Mama ist auch ein Hicke. Nein, es heißt Hicke, nicht Hicke. Es ist Hicke. Es ist Hicke. Ja, deine Mama. Wie gesagt, deine Mama ist ein Hicke. Hicke ist das nicht so was wie... Es ist wie als würde jemand auf dem Hals fucking knutschen. Warte mal. Moment. Ja, dann passt meine Karte umso mehr. Pff. Pff. Hast du den Äxtens ein bisschen. Döp. 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 Ja, ok. Benny, ich glaube. Du kannst, ja. Also, das ist ein Hicke, Es ist just... Masturbating. Wie oft ist das so was, bei Jack strat. Masturbating mit hand saniticide. Saniticide... Bringt voll fear. Ok. A sore ass. In the morning. Unicorns 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 Also die ersten 2 ergeben kannst du überhaupt nicht Also wirklich Unicorns Aber ich nehme ne 7 Jaaaa So muss sein Und nehm von wem war der Schick? Doch kennst du was? Ich hab' nicht vorstanden, ich hab' nicht vorstanden Ich hab' nicht vorstanden, was jetzt! Und von wem war der Schick? Von mir! Ahja, dachte ich mir schon mal! Ich wollte nicht, dass der, das ist alles neu Es ist nur schon, dass ich die Benser sich krieg, sondern ist alles okay Ja, hans meins bekommen Näh hab ich gewonnen. Also in diese Runde. Mhm. Wollt schon Fragen. BKW macht zwei Punkte auf einmal, dann kann das. Okay. Was bedeutet das? Check den Satz nicht. Ja, ich auch nicht. On the day set aside for the Lord is am Sonntag. Weil Sonntag ist der Tag des Herrn, den I like to. Am Sonntag, ich mach gern, aber es ist als Spiel religiös angehaucht. Guck weg. Ich schau schon weg. Wird. Oh man, ey. Wär, wär jetzt ein gutes gekommen. Wär, wär jetzt ein gutes gekommen. Wär, wär ernst. Wär, wär ernst. Einen Punkt ergeben und alle in der Karten mögen. Du darfst. Wär ernst, Markus. Ich dachte so, was ist man. Ach so, ach so, ach so. Okay, also. On the day set aside for the Lord. I like to. Wär ernst. 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 Das ist die nächste schwarze gewesen, das interessiert mich jetzt, ich will wissen. Don't worry officer, that's just my... Warte, machen wir die nächste Runde noch, ich will das schauen, wer das nächste machen. Aber TGW, du bist nicht dran, das ist... Ja, super! Will ich jetzt noch mit? Äh, ja, spielt noch mit, schauen wir mal, wer noch den Punkt kriegt. Ja? Ja, nochmal Ben. Okay, don't worry officer, that's just my... Oder warte, wenn der TGW unbedingt will, machen wir so, dass der Ben halt ist, weil er schon gewonnen hat. Ja, machen wir, ich mach den. Okay, dann kann der TGW nämlich seine tolle Katte entdecken. Ja, die ist aber nicht so toll bei dem Schwarzen. Ja, dann machen wir, sie haben noch einer, als er wurscht. I used to be, hm 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 hm, like you, but then I took the narrative in the... Okay, der steht nicht ernst da, oder? Okay, der steht nicht ernst da, oder? Doch, mit der geil mit der geilen schwarzen Karte, Ben, wo du denn heut solltige Letztplay. Okay, die passt aber immer händlich da. Meine passt nicht, ich wollte immer zu keiner von meinen. Aber... Meiner ist gut. Finde ich zumindest. Also ich muss auch nicht abziehen. Oh, ich tatsächlich auch, aber... Ich hab ja eh meine schon gelegt. Wenn ich die passt, dann ist es noch gut. Ja. Da passt. Geht. Ben, letzte Runde. Wer ist der? Wer ist der? Wer ist der? Wer ist der? Ich bin ein Stripper mit einem Polio. Das ist eine Karte. Okay. Like you. Like you. But then it took an error to the knee. I used to be a... E. I used to be a... I used to be a... Using a lightsaber as a dildo. Just like you. Just like... But then it took an error to the knee. I used to be a... Fuck like you. But then it took an error to the knee. Oh my god. The Runde ist noch gut. We sind... Ah. Ah. Ist ja auch klar wer gewinnt. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder? 1, 2 oder? Ja. Was? 1, 2 oder 3? What the fuck? Alles klar finde ich gut. Ich wusste doch die Karte ist ewig. Ich wusste doch die Karte ist ewig. I used to be a fuck like you. Ja. Das sind alle gut. Also wer Dr. Ferget nicht gewiss, dann hätte ich fuck noch. Ja. Fuck war auch gut. Goddammit. Dann hätte ich vier Punkte. Gut. Ich hätte eine bessere Grammatik gehabt. Ich wäre doch egal. Das ist ein Quiz. Egal. Okay. Die Runde war cool. Vor allem weil jeder so viele Punkte hatte. Ja. Aber ziemlich lang bei mir. Ja. Sehr gut. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank. Ja auch immer weil der länger noch hier ist. Aber eigentlich tschüss.